Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine One-Two-One-Two-Yo Baby, Yo Baby, Yo. Ich arbeite einen halben Tag beim Radio, jetzt habe ich relativ viel Zeit und dann muss ich immer ein bisschen rumspüren. Und jetzt habe ich irgendwann angefangen, dass ich mir so eine T-Shirt-Presse besorge und so einen Plotter und so zeige. Und jetzt mache ich halt T-Shirts. Aber ich habe relativ viele Ideen, ich habe viel Output. Und der Becker hat sofort gesagt, tu deine Sachen her, das mögen wir sehen, ob das funktioniert. Und deswegen unterstützen wir uns immer gegenseitig. Und ich habe so eine Art Schankwagen, so ein rosa Monster. Mit dem fahre ich dann schön beim Lahren vor, stelle ich da vorne hin. Da ist dann ein Freibier drin und ein bisschen Prosecco und dann schauen wir, dass wir da auch unseren kleinen Beitrag zu der Veranstaltung leisten, damit das ein fulminanter Start wird am 18. März. Ich bin der Fleische und da bin ich gespannt drauf, was das gibt.